Stefan Horngacher, wollen wir den Moment einfrieren, so Tieffrosten? Leider geht es nicht, das wäre schön, aber geht leider nicht. Die Zeit rennt weiter, aber natürlich ein wahnsinnig schöner Moment jetzt hier zu stehen im Planitzer mit der Weltcup-Kugel und mit so einem tollen Athleten, der so wahnsinnige Leistung gebracht hat heuer, ist schon fantastisch. Ich meine, die Weltcup-Kugel, die hätte es ja schon vorher abholen können. Es ist eigentlich schwer nachvollziehbar. Nach so einer Saison, einige haben wirklich Verschleißerscheinungen. Da spürst du, die gehen auf der letzten Rille und der Kamil, da könnte es noch einen Monat gehen. Ja, der Kamil könnte schon noch weiterspringen jetzt. Wir haben ein super Basistraining gemacht, letztes Jahr schon und heuer nochmal. Die Jungs sind alle topfit. Das ist einfach unsere Strategie gewesen, dass wir ja noch planen zu fahren und nicht kaputt sind. Gut, Steff, Basistraining, intensives Training, das werden die anderen auch gemacht haben. Das ist ja nun kein Geheimnis. Aber warum läuft das bei dem Kamil so sensationell? Ja, er hat sich einfach in seiner Stabilität deutlich verbessert. Er kann eine höhere Leistung bringen, mit weniger Stress, mit weniger Aufwand. An dem haben wir gearbeitet und ich glaube, das ist eigentlich der Schlüssel gewesen für ihn heuer. Ist das ein Automatismus oder musst du als Trainer oder kannst du als Trainer da auch eingreifen? Ja, da greife ich als Trainer natürlich ein. Da muss ich natürlich lenken und schauen, beobachten, messen und ja, da gibt es viele Parameter, die da… Also zu viel zu heiß, den Sack, das darf man auch nicht machen. Man muss einen Mittelweg finden. Nein, nein, man muss den Athleten dahin lenken. Man darf nicht zu viel lenken, aber man muss immer schauen, wenn er in die falsche Richtung geht, muss man ihn wieder zurückbringen. Es liegt in der Natur der Sache, dass man über Kamil Stoch redet. Aber die ganze polnische Mannschaft hat ja auch überzeugt. Gut, dass jetzt bei dem einen oder anderen, vielleicht bei Kubacki, der Akku nicht mehr ganz so voll ist, ist ja nachvollziehbar. Ja, die Mannschaft war sehr gut heuer präsentiert. Also David extrem gut, der Stefan Hula extrem gut. Das einzige Wermut ist ein bisschen der Piotr Czüla und Maciej Kott. Die haben nicht den Anschluss gefunden, so wie letztes Jahr. Die haben hier ein bisschen, glaube ich, zu viel erwartet von der Saison und sind dann aber ein bisschen verkrampft worden. Auch während der Saison immer wieder ein bisschen nach oben, ein bisschen nach unten und die sind nie so richtig in den Rhythmus reingekommen. Aber okay, mit dem muss man auch leben und es kann nicht immer jeder auf höchstem Niveau springen. Aber allgemein muss man sagen, die Mannschaftsleistung war grandios und wir sind wieder auf dem Podest in der Nationenwertung. Sehr gut. Wirst du jetzt aus der Erkenntnis des Winters in der Vorbereitung auf den Sommer und im Sommer irgendwas verändern? Oder sagst du, das hat ja alles super geklappt, also das machen wir wieder so? Ne, es gibt schon Sachen, die wir einfach ein bisschen umbauen müssen, wo wir ein bisschen nacharbeiten müssen, reagieren müssen auf gewisse Dinge. Und das werden wir jetzt angehen im Frühjahr. Den Plan so aufzustellen, dass wir einfach ein bisschen frischer werden, wieder ein bisschen Neuigkeiten reinkommen in das Training. Und dann hoffen wir, dass wir nächstes Jahr wieder ähnlich gut auftreten können. So, und jetzt fährst du Ski, ne? Im Urlaub? Na, ich denke, Skifahren mache ich eher nicht. Eher versuche ich Rad zu fahren, aber man muss mal schauen, wie die Wetterbedingungen zu Hause sind. Aber ich glaube, oben am Feldberg kann man noch Ski fahren und unten in Freiburg kann man Rad fahren. Ich dachte, du fährst mit der Familie in die Sonne jetzt. Wahrscheinlich nicht, ne? Wahrscheinlich nicht. Steff, alles, alles Gute und danke für die Saison. Dankeschön. Dankeschön. Untertitelung des ZDF, 2020